Der Bild Hamburg Pokal 2014 ist gestartet und Bangs hat den schnellsten Antritt, geht an die Spitze des Feldes, geht vorbei an Politiken und I Won't Dance, es geht in den ersten Bogen, Bangs hat gleich drei, vier Längen Vorsprung, dahinter I Won't Dance, außen dabei ist Ariane Beemt an der Innenkante, Politiken keine Lage, findet Charlie Salesi, in 2,5 ist das für die ersten 180 Meter, Bangs führt gegen I Won't Dance, dahinter Politiken, die ersten drei, vierte Position für Ariane Beemt, Yusuf Hanke, Aida Boko außen und das Feld hat die Tribünen gerade erreicht, Bangs ist vorne, I Won't Dance in zweiter Position dahinter, dritter ist Politiken, dann folgt außen Ariane Beemt an der Innenkante, Yusuf Hanke, Aida Boko, top of the rock, Sabano Boy mit außen Charlie Salesi und am Ende Atrap Moor, so ist das Feld bereits auf der Schlussrunde. Am 1000 Meter Pfosten ging es vorbei, 8-8, die nächste Zwischenzeit, vorne ist Bangs, Bangs ist vorne, zwei, drei Längen, der Vorsprung im Bogen, vor I Won't Dance, außen Ariane Beemt an der Seite von Politiken und so geht es auf die Überseite, fünfte ist da Aida Boko und Yusuf Hanke, dahinter dann top of the rock, Pferde sind auf der Gegenseite, Bangs ist vorne, I Won't Dance in zweiter Position, außen Ariane Beemt und so geht es die Gegenseite entlang, das Feld steuert den letzten Bogen bereits an mit Bangs, Bangs führt, I Won't Dance in zweiter Position, in den Schlussbogen geht es hinein, 500 Meter noch bis zum Ziel, Bangs im Vorteil im letzten Bogen, 10-5, die Zwischenzeit, Bangs vor I Won't Dance und Bangs, der marschiert, Bangs im letzten Bogen ist vorne, Bangs, I Won't Dance, dahinter Ariane Beemt, die kommen im Augenblick nicht dichter heran, top of the rock, setz doch einmal nach, Aida Boko, es geht um die letzte Ecke, Bangs in der Distanz, Windrace.de, Zielgerade und das wird ein neuer Bahnrekord und es wird ein Triumph, Bangs, 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 I Won't Dance im Kampf um das zweite Geld in der Sieger, Bangs, Micha Larsen, was für eine Triumph-Tour, I Won't Dance, Aida Boko dahinter, Politiken vor Top of the Rocks und die letzte Zwischenzeit kommt nicht, die war noch schneller als schnell und das gibt auf sicher einen neuen Bahnrekord. Vorläufiger Richterspruch für das siebte Rennen, es gewinnt die fünf Bangs vor der drei I Won't Dance und der vier Aida Boko, fünf, drei, vier vorläufig. Wir haben schon mal die Starter für das achte Rennen, es geht ja mal weiter, Fort Krüll-Rennen ohne die sechs Chantille, die sechs läuft nicht, 13 Pferde macht den Rennen. Liebe Zuschauer, schauen Sie sich diese letzten Meter nochmal an, das ist ein historischer Triumph für dieses Pferd, für die Hamburger Traber-Fans und natürlich ein wunderbares Rennen, das wir gesehen haben. Bangs gewinnt in nicht für möglich gehaltener Überlegenheit hier Startziel dieses Rennen und holt sich den größten Triumph der Karriere. Hier nochmal mit dem, ja bis vor zwei Minuten noch dagewesenen Titelverteidiger im Gespräch mit Top of the Rocks und Gerhard Biendel und lieber Carsten, klär uns auf, wann hast du die Zeit und gibt es wirklich einen neuen Bahnrekord? Es gibt einen neuen Bahnrekord, gar keine Frage, aber die Zeit, da lassen wir uns ein bisschen Zeit mit. Wir sind nicht so schnell wie Banks. Wir sind nicht so schnell wie Banks.